So Leute, und damit wieder ein herzliches Willkommen, natürlich im Online-Modus, weil da können wir wenigstens schauen, wie die anderen Spaß ist, da ausschauen. Alter, ich will nicht für ein Schauch. Ich will auch auf den Frosch reiten. Ei, ei, ei. Na gut, auf zur nächsten Story-Mission. Ah, das hört sich schon mal gut an, der Drachenritter. Ja, da drückt man natürlich gleich mal auf Nein. Schauen wir mal, was die dazu reden haben. Schauen wir mal, was wir da wieder für eine Story haben. Beziehungsweise mit welchem Begleiter wir da wieder am Start sind. Mhm. Oh, liebend gern. Sicher tun wir ihn begleiten. Ja, ist ein bisschen orsch, wenn zwei gleichwürdige Gegner, Kollegen, Havara, Rivalen aufeinander treffen. Ja, das endet mit zwei Ärmchen. Ja. So, dann holen wir ihn nochmal wieder zurück. Anscheinend sind wir ein Duo am Start. Ja, wie so nicht. Schauen wir mal vielleicht, was der für Fähigkeiten drauf hat. Also ich mache das definitiv gern auch einen Wechsel. Mal schauen, was der da wieder drauf hat. Aber auch schön, dass wir mal unseren Charakter wieder sehen. Oh, der hat aber bist du narrisch, oder? Der hat aber jetzt aber einen Klick gehabt. Der hat jetzt aber einen Klick gehabt. Ah, schade. Ach, geschmort. Der hat aber einen Klick. Der mag... Oh, schade. Schade, schade, schade. Oh, doppelt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Als wenn man das dafür Attacken drauf hat. Oh, das ist schon mal eine feine Attacke. Das ist schon mal eine feine. Zack. Wenn er ständig noch einen Abblock dann kriegt. Das war so, Alter. Na, what? Ha! Wichser du, Alter. Mach die ganze Zeit auf Blocken und dann wird er nicht gefickt werden. Machen wir gleich mal eine Fahrt, oder? Machen wir gleich die Ulti auch noch. Zeig mir wenigstens gleich mal her. Oh. Okay. Ich glaube, du hast das gleiche aktiviert wie ich. Komm, gib her. Yes. Oh, perfekt. Zack. Oh, shit. Prost, prost. Kleiner Sticker noch. Und tschüss. Und tschüss. Alter. Durch die ganzen Blockaden und am Anfang, Alter. Wo der uns gleich mal so viel weggenommen hat. Habe ich mir gedacht, das wird schon nichts. Ich hab mir fix gedacht, das wird nix. Da werden wir Meier gehen. Ei, ei, ei. Der hätte mir jetzt wirklich fix gedacht, wirklich Meier. Ha! Ah, warte. Das werden wir ja sehen. Oh! Okay, passt. Haben wir doch kein Bekämpfung. Noch mal. Schade. Ich hätte ihn gerne gleich noch in die Pappen kauen. Ist kein Problem. Hätten wir so oft wie es geht. Ist wär nix. Ist wär kein Problem gewesen. Ah! Ich weiß noch nicht, was mit Athenis gemeint wird, aber... Ja, klar, ja, ja. Wir verstehen voll. Wir verstehen voll. Ich hab zwar noch nie was von dem Anime gehört oder so, aber... Die werden schon beliebt sein in Japan. Die werden schon definitiv beliebt sein. Die beiden. Eie, ei, ei, ei. Äh... Ah, haben wir jetzt ne Nachricht gekriegt oder was? Ne Benachrichtigung im Spiel? Sonst hätt ich jedenfalls so danach gehört. Ha! Hörst. Next. Uh! Was ist denn das?